Vor allem Maus, Maus sagt das und äh... Hallo Kiel, wie ist es? Was machen die Zähne? Welche Zähne? Also von Samus. Geht regelmäßig zum Augenarzt. Geht regelmäßig zum Neurologen. Nein. Und wer hat sie nicht? Ja. Ja, lass das nicht sein. Du kannst nix die Tagessiege reinfahren, Boogie, und dann in den Nutzern. Nein, nein, nein. Das war eigentlich auch gut. Geile Woche, wir wurden die Fäden gezogen aus dem Auge. Heute Morgen neun. Na, da kommen noch andere Eko-Momente. Ich muss gestehen, ich würde gern mit mir Trost tauschen, also... Habe ich davor auch reingekriegt, da haben wir schon gedacht. Also, was ist schlimmer? Die Fäden gezogen zu bekommen oder die eigene Tante anzubaggern, ohne zu wissen, dass es die Tante ist? Die eigene Tante? Boah, guck, ordentliche Spritze. Ich hab nichts mehr gegen Spritzen, nachdem ich weiß, wie gut diese Schmerzmittel sind. Aber da sind auf die Tante. Dm EW. Dm EW. Dm EWR. Dm EWR. Wo machst du denn auf? Du snaps dann raus. Sind jetzt die 9? Ja sicher, da ist ja bitteschön, das ist ein STB. Oh, aber der Aang kommt zu mir, ich siehst doch. Oh, bitteschön, der Aang davon. Ich kann's nicht lesen, weil ich schnauere auf, machen's nicht mit. Aber schieß einfach rein. Geht schon, lässt hier ausreden, buddy? Ja, ja. Ich seh's halt nicht! Nalalalalala, spring nicht mal an! Oh, ich hab'n Goods-Golf jetzt. Fast, fast, fast. Hm, ich hab'n Schien geschaut. Okay, unsere Adi hat verschossen. Profi. Die ersten 1000 Spots sind im Kasten, Leute. Ihr macht das großartig. Die 100. Okay, der ist von mir, da hinten. Hm, schießen? Sehr schön. Er wird gleich hier blinden und schießen. Bin ziemlich sicher. Ja, ich hab'n Schaum grad' Sonate. Für mich ist das ungewohnt, dass wir schießen sagen. Oh, der Udo. Der war'n Udo. Da ist'n Udo. Hm, kein Udo. Du das. Udo's kann, du das. Hm, ja, stimmt das. In der Weile durch, aber man sagt keiner was. Man sagt keiner was. Ja, ich bin alleine in der Mitte. Ich muss die Mitte halten, okay? Äh, ja gut, einer muss botten, dann können wir von dir da rein verlangen. Okay. Äh, der ist auch wieder von mir. Geh weg! 0-3 Leute! Ja, weil wir das Weile verloren haben. Ja, weil wir das Weile verloren haben. Da aber nicht wirklich unser Team ist. Sollten noch 12 Panzer haben, angeblich. Ich schieße da rüber. Achso, komm, komm. EVP, der Geschlechtshörig vollziehen will. Hier, nimm ihn raus da. Da haben wir den TD. Wir haben den E3, da schießt keiner drauf. Da. E3. E3. Nehmen wir noch. Hmm. Udas, kein Todes ist offen. Der Udas, der Udas. Ich hab ihm schon eine gegeben, ok. Ich hab ihn nicht gespottet, als er auch drauf zu schießen hat. Ok, sorry, mein Fehler. Sicher war sein Fehler. Abwolle, Udas, kein Todes. Hier kommt's, hier kommt's. Na gut, jetzt wissen wir echt, wo er steht, oder? Ja, in der Theorie. Ich mach noch ein paar Blindschüsse. Ok, da ist, da ist... Da ist ein Leopard, ja. Das muss wehtun. Ich bin hier aufgegangen. Wie weit ist das denn? Wir hätten einen Blindschuss zu Udas, kein Todes. Vielleicht trifft er ja. Das ist immer noch ein Gewalt zu. Äh, Udas, kein Todes hat einen Blindschuss zurück gemacht. Das ist nicht so sexy. Yes. Yes. Wir haben ein Leid. Aber das war raus. 3,4 nicht aufgeben Boys. Okay, Riffen, wir können aufgehen. Da ist ein Leopard. Ich habe Angst vor dem Odo, dass kein Tod ist. Der macht Pleinschüsse zu mir. Du weißt noch, wer ist? Ja, ich mache auch Pleinschüsse zu Ihnen, aber das ist ein Pleinschussgefecht, okay? Ich verschiss mich hier. Das ist wieder der Panzerkampfwagen 7. Den kann ich nicht penetrieren, egal wo, egal wie. Wie kommt's? Der ist ja deutsch, oder? Das ist so, okay. Den könnte mit der E-Rot bumsen. Der hinten zu mir! Ja, wäre schön, weil die ist zu, ne? Wieso nimmt keiner raus? Ist das der TVB zu? Wieso ist der hinterher raus? Wieso ist der tot? Oh, die Granate ist gerade über mein Dach geflogen. Gut. Ruto steht noch immer im selben Busch. Also wenn irgendwer... Ja, da hinten! Irgendwann da, als ob du damit was anfangen könntest. Okay, der LV hat mir gerade einen reingewiext, okay? Macht nichts. Leopard ist offen. Ist okay. Der LV hat Gold auf mich geschossen und nicht penetriert. Deswegen lebe ich noch. Ich habe ihn angezaunten. Der war ein Feuer. Nichts, ich habe ihn rausgenommen. Blind auf den LV da, der... Das sollte ein ziemlich sicheres Ziel sein. Okay. Gott. So? Ist das Brust gestorben? Was soll das? Der LV hat zweimal Gold auf mich, du bist. Mir kommt ein E3 durch die Mitte. Das könnte ein Problem werden. Ich habe ihn gegattert. Leopard ist es möglich, oder? Leopard ist es möglich, oder? Ich glaube ich war mal... Das muss zuerst organisieren, bis gleich. Obwohl ich müsste doch gleich in der Mitte bleiben. Ne? Ich habe mir gedacht, ich in der Basis. Ich hab mir gedacht, du in der Basis wirst. Könnte mich... Aber du könntest dich auch ein bisschen mehr nach die Stadt... in die Stadt verlegen, probierig, oder? Oh, leider. Du kannst dich auch ein bisschen mehr in die Stadt verlegen. Nja, bist du da drauf oder? Soll ich eine E5 auch machen? Sehr gut, das hat sich völlig wegzunehmen. Sorry Youtube, falls wir jetzt nicht wirklich da reden, aber wir müssen uns hier konzentrieren. Ah, der hat größten Schnee wie ihr, naja. Hm, ich will nicht vorfahren. Ich will nicht sehen jetzt, 6, 9. Nicht nur wie der aufgehen hat können. Das ist ja immer noch nicht gewonnen hier, was für eine Scheiße ist. Er kann da irgendwer auf dein Panzer wirken. Du kleine Ratte. Ich hab genau was du lieber gesagt hättest, aber ja. Oh, das ist in der Stadt, Kjell. Oh, das ist in der Stadt, Kjell. Der nicht auf Geld. Der nicht auf Geld. Der fährt dann nicht erst seit gestern. Ja, ja, ja. Der wird da bei der Kjell irgendwo, da hat er mich. Die kann Kjell noch Full-HP sein, Mann. Der Panzerkampfwagen, der jetzt vorfährt, nämlich, und mich aufmacht. Da ist er ja. Da ist Warnstadt, wie ich gedacht hab. Kjell, da kannst du zu spät. Kannst du auf dem Panzerkampfwagen wirken? Ja. Dann versuche ich ihn für dich offen zu halten. Wir haben noch drei Artis, Kjell, die kannst du dir holen. Wir haben noch drei Artis, die hier auf dem Platz haben. Ja, du hast drei Artis, was du drauf hast. Ich hörst sie an. Ja, die Artis, er ist safe. Er ist safe von der Artis, wenn er in der Stadt ist. Aber ich nicht, siehst du? Die will nur mich. Die will halt nur die Quorn. Ja, wenn ich so riesige Umwege. Ja. Er ist safe von der Artis, wenn er in der Stadt ist. Ich glaube ich, äh, keine Ahnung. Was ist mit unserer Maus eigentlich? Warte. Unsere Maus hat doch 2700 AP. Ja. Kommt sich ja was für ein guter Spiel an. Boah, wie eine fette Maus. Hm. Wenn ich hier einen aufmache, kannst du drauf schießen? Auf den Panzerkampfwagen. Könntest du theoretisch von hinten jetzt den Panzerkampfwagen rausnehmen? Aber Theorie, ich hätte den auf jeden Fall aufgemacht und die Artis sagt auch Hey zu mir. Gut, aber eine Artis raus, Kjell, links. Nehme ihn einfach raus, damit der Bummi nicht wohnen. Ich bin von deiner Artis so richtig. Daneben, Mann! Hattest du hier keinen Scheiß, Mann? Oh, Mann! Ist ja absolut der geilste Panzer. Bitte was? Rächer mich. Ne, Ficken dürfen wir sagen. Okay, das haben wir gekehrt. Eine sehr gute DPM, ich glaube sie 3700 ohne Ration. Yeah! Oh Gott! Ja, fahr doch nicht vor seine Kanonen, Mann! Fahr doch nicht vor seine Kanonen! Das ist verschädigt! Wir haben Gelauglichkeit eingebüßt! Ich seh sie nicht mehr! Wer erfasst! Du machst dich fertig, Alter! Und dann fährst du genau so, dass er dich noch beschießen kann. Das sind die Nerven, ne? Vielleicht auch das Alte, aber meistens die Nerven. Die Nerven ist kaputt. Die Sonne hinten sehr präzise. Ich ne... Wo... Wo seine 3 Kills sind. Das... Warte! In der Theorie könnt ihr ja noch die Maus circlen und dich rausnehmen, ne? Du... Du bouncest halt die bessere DPM und das war's. Du kannst irgendwo im Turm durchschießen, ne? Das ist jetzt nicht! Alter! Ja, aim doch mal ein bisschen! Er hat doch grad geschossen, Mann! Ist das das Alte? Ist das der Druck? Sind das die Hämorrhoiden? Ja! Weißt der? Weißt der so? Hat ihn ein, er passt in den Clam rein. Ja! Nee! Jo! Boah, ich hab ziemlich viel Blind! Dann hab ich gekriegt. Dann hab ich gekillt. Dann hab ich gekillt. Ausbausatz dreimal, hunderttausend Quell. Jetzt, ja, Battle Pass bin ich jetzt bei 3. Passt. Ah! Alter, ich hab den Otis richtig viel Blind gezogen mit den Blindschößen. Ja, jetzt haben wir Rationen. Das waren... Ordentlich Ressourcen jetzt für den Clan eingespielt. Perplex war er. Perplex war er. Ja, 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 ja. Na gut, weil jetzt haben wir einfach noch. Aber... Hast du auch ein defektes Auge oder was ist deine Ausreitung? Ähm... Ähm... Ich hab eine defekte Call-Leiste. Haben sie auch Locky-Bone einziges? Nix. Nix. Was läuft die Stimme? Das ist was? Was? Ach so. Es ist hart. Es ist hart. Everybody wants hart. Ich hätte auch Bock auf gehen, aber das wäre jetzt echt zu anstrengend. Ich krieg's kotzen. Auf geht's! Ich bin da schon Stammkonto. Ich bin da schon Stammkonto. Und... Und... Und sie drüber. Junge! Alter! Warum hast du mich geschossen? Warum hast du mich geschossen? Wieso 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 hast du mich geschossen? Irgendwann irgendwann... Irgendwann fahr ich nach Deutschland, Junge. Und so rammelt die ist... Ja, was? Ich hasse YouTube. Ich hasse YouTube. Du musst das eher mehr betonen. Sonst passiert es nicht. RASHA! RASHA! BWA! Blirrt! ZUKA! ZUKA ZUKA! ZUKA für Kaffee! Ein schönes Abba 240. Das wird gleich Hey sagen. Ich sag auch Hey. Hast du Heat? Und er so... Ja, ich habe Heat. Aber wir haben nur HE. Und er so... Ja, ich habe Heat. Ja, ich habe Heat. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich habe nur kritisch mit der Rolle gemacht. Ja, ich habe nichts gemacht. Ach du Scheiße. Das ist kein Legis 4. Ich laufe. Also ähm... Schiehst du HE? Ja, ich schieße HE. Und ich habe keinen Schaden gemacht. Mach den! Mach den! Pass auf, dass er nicht rüber loopen kann. Der hat eine geile Pose. Ne, ja. Wieder offen. Okay. Da ist ein Jagd E. Ich habe... Ich habe ein Jagd E gebounced und ich ziehe mich jetzt zurück. Mach's gut. Äh, da konnten sie sich DB und da könntest du melden. Ja, er hat mir gerade zwei Schaden zugeführt. Du sagst, wenn ich HEAT laden darf, ne? Darfst du. Ah, auuuu. Oh, nee. Das ist mir zu heftig. Also Boogie ist supportig von hier hinten. Er kann ihn nicht machen. Okay. Gefällt mir. Ich halte ein Like. Ah, 60 DB schießt auch eh eh. Der könnte einfach HEAT laden. Äh, Hilfe! Der ist gleich von hinten. Ja, vorne gucke ich. Vorne gucke ich. Okay, okay. Ja, aber wenn sie schießt, dann würde ich einfach... Es bringt einfach kaum was. Geh gefahren. Haben wir Spitzerschutz drauf, oder was? Den 4-1. Wir müssen einfach durchhalten. Ja. Okay, okay. Erscheinen werden wir leben, aber kommen ist auch okay. Er hat geschossen. Ne, ich lade mir das schon auf. Die E ist 4-Money. Ah, der ging voll durch ihre Panzerung. Aber... Wenn du in love bist, With a beautiful woman. It's hard kill. Okay. Okay, ich geh wieder auf dir rein. Ah, 1200 von Jagd E. Wo steht der? Hey, da. Ich bounce hat der Unterwanne vom... Bescheidenen 60 DB. Es hat zu weh getan. Es hat zu weh getan. Es hat zu weh... Warte, ne, durchgebrochen. Ah, okay. Ja, und will er es eigentlich wissen, dass er jagd E, oder? Joa, ich mein, joa. Ich check auch nicht, wie er hier wirkt. Ähm, ja, er will es wissen. Hat sie dir auch angegeben? Hm, ja, mit Heat. Schön. Ja, wir auch. Und jetzt hat sogar der 60 DB mit HE einen Vorteil. Ich hab geschossen und verkackt. Er will mich. Er will mich. Er will mich. Hohoho. Ich bin gesaved. Komm, der gibt das da, Mann. Da hinten ist noch immer ein Jagd E. Wie schafft es das, Nikke? Es ist ein Ding E5. Alter, Alter. Der Jagd E hat ne... Der jagt eh ne. Der war doch gar nicht offen, oder? Der steht... Der ist ja ganz hinten. Mh? Mh... Und verarmt sich ein Ass ab. Ein schönes Panzerhaus. Ich rede vom Jagd E nicht von, oder? Ja, der ist offen, ja. Wieso kann ich nicht auf ihn wirken, wenn er die ganze Zeit auf mich wirken konnte? Erklärt's mir. Da ist halt auch ein E drin, da brauche ich gar nicht sidescrapen. Ich krieg die Kanone, eh nicht von uns. Der jagt er endlich. Aber eins muss ich sagen, also die Runden sind heute sehr ausgeglichen. Ja, gewinnen wir jetzt alles, oder? Haben wir nicht alles gewonnen, alle drei? Ja, aber es war alles nicht mal wirklich knapp. Ich meine, die letzte Runde war noch am knappesten mit dem Treffer. Ach, das waren jetzt sogar vier Runden, oder? Wir haben jetzt vier Runden gewonnen. Passt. Mal aufhören. Habe ich auch nicht. Ich habe kein Gold geschossen, trotzdem 15.000 mese, weil es ist überhaupt nicht pay-to-in-9! Ich habe Gold geschossen und nur 14.000 mese. Ja. Wenn wir Stufe 9 spielen, kann Boogie seinen Japaner auspacken. Nee. Ich spiele keinen Stock-Japaner, vor allem nicht auf YouTube. Das Beste ist ja озitig. Ich spiele keinen Stock-Japaner. Ich spiele keinen Stock-Japaner, vor allem nicht auf YouTube. Hm, okay. Ja, ich wollte es nicht sagen. Brille oder was? Bilder? Ja, klar. Ja, bla bla, ist auch ziemlich so schön. Ich will den T34 auspacken. es ist ja alles anstrengend für für seine augen er ist es auch jetzt sehen auf jeden fall geiler torm extrem hohe dpm extrem gute mobilität etwas ungenau ja dann hört auf mir das gewissen zu machen du kannst übrigens seine fünf tagessiege diese booster da rein bumsen dann hast du es doch aber er muss ja die module auf jeden fall spielen ja das ist schon viel erfahrung ja das kannst du die module nicht alle die kanone glaube ich für 50.000 erfahrungen kann doch niemand das ist verloren können wir uns irgendwo ertränken ich hab keinen bock gegen den das ist so bescheuert ja ja blablabla komisch der bahn ist alles woran liegt es ich verstehe es nicht ja das war so klar ist es die gleiche heute ich hab gedacht dass das bros hoch fährt Wahrscheinlich machen die T95 irgendetwas unerwartetes und pushen übers Schloss oder irgendwas. Es macht mich an mit der beautiful Mama. Die LFVs rollen hier rum, Mann. Ja, sehr gut. Dann können wir die ganzen Schieftens bearbeiten mit Heil. Das andere funktioniert auch nicht. Ne. 2 Artis oder was? Ja. Wie gesagt, die pushen sicher darum und dann geht er doch nicht. Wo sind denn die? Ich kann sie nicht sehen. Ja da, bei der Heavy-Line. Komm mal gleich mal. Zeppelin. Und dann ist alles gut, okay. Ich hab den ersten Kill. Wup wup. First Blood. First Blood. Oh shit. Gotcha. Nee, Don'tcha hieß das glaube ich. Von Pussycat Dolls. Don'tcha. Du, 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 du. Mhm. Hm. Ich weiß, du willst mich. Hm. Naja, er macht Bleienschüsse auf mich mit HE und, äh, ist durchgekommen. Ich weiß nicht mehr, wo du stehst. Ach so, da. Vielleicht nur weil ich diesen Baum umgefahren hab. Nichts daran. Naja, ich bin auch bei ihm umgefahren. Ich schieß keiner. Wie soll das? Ne, mein Baum ist halt cooler, ne? Ja, ja auch wieder cooler. Also ich will die Spot, wenn sie kommen. Keine Sorge, alles cool. Er ist demotiviert. Genau wie wir. He, da ist was. Das krieg ich noch nicht rein. 277 hingegen. Du willst wissen. Und Kanone sagt, du kannst mich mal. Kanone hat gleich mal gesagt, du kannst mich mal. Und so war's auch. Ja, aber da hast du ja auch nicht nein gesagt dann, oder? Ich meine, wenn die Kanone das schon so offen... Sagt die Arti noch, hey, und dann war's das mit. Nur Null Schadenrumme. Ich bin gebaunt, Mann! Hm, okay. 277. Jetzt bin ich echt im Arsch. Ja, ich seh's, Mann. Oh, yeah, yeah. Ach, verpiss dich, du scheiß Kühlschrank. Du bist so fett. Ey, ey. Entschuldigung, ich mach dich süßer, Bussi. Okay. Was? 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 Bingbing. Wirf ja eins, aber ich hab irgendwie nicht so viel dazu gehalten. Ist ja egal, so dein Geschäftes Leben kannst stehen, wo es will. Ach ja, aber... Leben die noch? Ja, alle drei. Ja, aber verloren. Ja, aber wir sind ja alle sie. Okay, weil wir haben uns. Ja, aber wir sind ja alle sie. Okay, weil wir haben uns. Ja. 6-1, ja. Ich hab bis jetzt 0-0-0 stehen. 449, Mann. Ja, absolut, absolut. Warst du schon offen, Boogie? Oder hab ich alles blind gebummst? Nee, ich war einmal offen, aber... Am Anfang gleich die 550 blind, HE. War beide, oder? Wir wollten auch schon ziemlich viele. Vor allem neben mir standen noch zwei andere, und weg mit Choppich. Weil... Oh, ich hab da Grille 700 BG. Was? Ich hab die größte Gefangst. Kann er nicht einfach weiter davor fahren, fahr einfach weiter davor mit deinem Scheiß-Tag. Du hast dann einen Lack. Kannst mich raten, ich kann einen Lack nicht sehen. Hä? Wir sind bewegungsunfähig. Der Fahrer ist geliefert, die Steuerung... Den MC 95 gerne drücken. Einfach aus dem Zivik, okay. Ja. Die Mitte ist clear, oder? Ja. I know you do. I know you want me. Hm. Hm. So, praktisch Arty rausgenommen. So, komm jetzt her. Komm jetzt her. Komm jetzt her. Warte raus. Ich hab hier aber draus genommen. Hm. Kann sein mir. Ich bin einfach zu voll, mich zu bewegen. Ich fahr gar nicht vor. Ich bin sowieso zu langsam. Das ist die Frage. Die drei Tiefen ins Leben noch immer, gell? Die machen das. Ja. Ja. Ich fahr mich doch jetzt nicht hoch und rüber zu fahren, weil... Ich bin sonnig. Ich nehm mich dann wahrscheinlich vergewaltig. Oh yeah. Wortwahl. YouTube. Achso. H dran nehmen. H dran nehmen. H dran nehmen. Okay, der eine Tiefkind ist an meiner Kanone. Du baust. Ja. Ne, weiß ich nicht. Deswegen bin ich auch hinten stehen geblieben, hab einen Treffer gelanden und das war's. Habe ich nicht gesagt, wir gewinnen das? Von Anfang an habe ich gesagt. Hm, war auch vieles. Das einzige, was mich hier noch durchhalten ließ, war die erotische Stimme von Kjell im Hintergrund. Ich hab den Turm beschädigt vom Chief nicht, ich hab mich eingebracht, okay? Ja. Ich bin zur vollen Erfahrung, aber... 10.000 Credits. Wuhuhuhu. Waren die zusammen im Zug, ja, oder? Ja. Voll Idioten. Sie waren einfach... Sie haben nicht viel gemacht, sie waren einfach nur beim Zeppelin. Ja. Sie hätten pushen können theoretisch, ja gut. Ich glaub, der Damage war eigentlich nur die Abschmerzphase, ne, wo einfach unser Team reingefahren ist. Ich schreibe sie direkt an, dass sie Loser sind. Von, äh, Team. Losers! Ja, natürlich auch. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Die sind... Die sind aber auf den ersten drei Plätzen, ne? Die haben alle ihre 3.000 Schaden gemacht, ungefähr. Es war nur, wie unser Team so nutzlos reingefahren ist. Einfach nur ein bisschen Damage noch in der Abschmerzphase. Ja. Und wir haben so ein Ding, oder? Ja, sicher haben wir so ein Spielzeug. Wir haben ein großes... Ein heftiges Ding, also haben wir schon, oder? Was? Dann komm ich, Kerl, doch. Wir würden sie rasieren, regelmäßig. Ja, klar. Wir sind überlegt, aber wir lassen. We'll see. Wir würden sie gar nicht warten, aber wir würden sie so gut drauf schauen.